Liebe Autofrostfahrer, wir möchten uns bedanken, dass alle so zahlreiche Schilder sind zu dieser außerordentlichen Fahrerbesprechung. Wir möchten unser Clubmitglied, der Matthias Preuß, Nummer 21, zum Drei-Nationer-Cup, Meistertitel in der Klasse 10-1, Ehre. Wir haben euch einige Titel, Winterkünder, Atschanger oder Eintreter in Vietnam, internationaler Allgäuer Alpenfokal, Meistertitel im Drei-Nationer-Cup. Bei der österreichischen Meisterschaft, der letzte Woche hätte, mit zwei ersten und einem zweiten Platz, Winterkünder, und sind richtig stolz auf dem Papier. Der Helme ist ein Vorarlberg, mit Anstieg, mit Matthias, mit einem dreifachen Kief! 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 Kief Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020